Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Heute ist Mittwoch, ich spiele Mech Arena und was spielen wir? Wettbewerb wie immer. Viel Spaß. So, und die letzten Tage waren wieder nicht gespielt. Erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier. Ja. Von hinten abgeschossen. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich bin noch nicht so weit. Mist. Upsa. Na ja. Erstmal ein bisschen Wabenspiel, ne. Und. Nein. Ach Mensch. Ich bin ein anderer gekillt. Es stirbt. Jawohl. Ja. Super. Super. Okay, der ist auch. Ja. 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 super aber auch ich hab mir den key geklaut zweiter platz immerhin schlecht angefangen aber gut geendet dann würde ich mal sagen ich mache das gleiche noch mal nur eine runde besser ich wollte ja noch gucken das ergebnis zweiter platz 7 kills 216 punkte ist okay geht zwar besser aber ist okay gut dann geht es weiter viel spaß mit der nächsten runde dann die nächste runde geht los wir starten wieder mit unserem slimshot bei der einen epischen piloten hat und ich brauche ja hier die einen epischen piloten für die quest ja wohl ich hab cool ach klar zu lange verstecken und raus gehen und ist ach mist was ist jetzt nein da bin ich wieder ich lebe noch aber zeit ist weg erster kill erst dachte ich hätte schon einen gehabt das habe ich nicht mehr drei kills bei allem war internet weg gewesen 3 kills 4 kills sind doch 7 kills insgesamt ha bisschen verwirrt gut dann hat es ja gepasst ich schau mir die bewertung mal an die ist bestimmt auch ganz komisch jetzt also die mpcs sind alle dann rausgegangen da waren nur noch wir drei hier die drei spieler na gut dann ist es halt so ne da würde ich mal sagen gehen wir in der dritten runde über und das ganze Bild ist ja jetzt verschoben ja warum das denn das müssen wir mal schnell einstellen monitor ist aus fensterbildaufnahme ups und das brauchen wir nicht so bisschen kleiner machen das bild so jetzt ist alles drauf oder ja genau alles verstellt gut dann geht es weiter mit der dritten runde nochmal sperren dann bis gleich die runde drei oder zweieinhalb könnte man noch zweieinhalb dazu sagen das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja fangen wir wieder oben an Schießt von hinten ein auf und rauf Ah, schade Dann, wenn wir jetzt in hier Ach, jetzt habe ich den genommen Den wollte ich doch gar nicht Hast du meinen Kegel kriegt, weiß Schießt zack, einmal hoch hüpfen und jetzt aus sicheren Entfernung ich bin gestunnt nein nicht mein Kill der hat gesessen der hat gesessen ach, warum werde ich hier mal gestunnt sim Kills, sieht schon mal sehr gut aus also ich bin bestimmt unter den Siegern dabei der zweite alle drei Runden gewonnen oder alle zweieinhalb Runden gewonnen auch wieder einmal mvp dabei schön genug Quest abgeschlossen das ist doch das beste gut da würde ich mal sagen das war es so schwer für heute ich sage danke schön für das Zuschauen ich freue mich dann bei nächster mal bis zum nächsten Mal viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao